Ich studiere Medieninformatik, weil ich mich besonders für Computerspiele interessiere, sowohl für die gestalterische Seite als auch für die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, wie Virtual Reality. Aber auch die künstliche Intelligenz interessiert mich ganz besonders und ich finde es mega schön, dass es hier in diesem Studiengang alles vereint wird. Meiner Meinung nach ist das Interesse am logischen Denken, Durchhaltevermögen und eventuell Vorkenntnisse im Programmieren von Vorteil. Am besten gefällt mir der Mix aus kreativer und technischer Arbeit. Egal ob man jetzt Computeranimationen machen will oder eigene Software entwickeln will, da ist für jeden was dabei und wir können uns hier austoben. Herausforderung in unserem Studiengang ist es, dass wir eben sehr praxisnah arbeiten und das bedeutet auch, dass wir uns außerhalb der Vorlesungen und Übungen uns mit den Themen beschäftigen müssen, um mitteilen zu können. Nach dem Studium hatten wir eigentlich absolute Freiheit. Von KI über IT-Security, Softwareentwicklung, Appentwicklung, Spieleentwicklung ist eigentlich alles dabei und der Studiengang bereitet einen auch super darauf vor, dadurch, dass die Praxisnähe eben gegeben ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.